Was macht ItzAziTV? Oh mein Gott, Bro, wird mir auch nicht mehr vorgeschlagen, ne? Ich check's auch nicht. Schulausflug in VR. RP-Video würde ich mir reinziehen, aber VR ist nicht so mein Ding, Bro. Ich sag ehrlich, VR ist nicht so... Ist einfach nicht so mein Geschmack. Komm, wir gehen rein in ein RP-Video. Hi, mit gegen Langeweile Arzt in GTA 5 RP. Okay, das kann ja nichts werden von ItzAziTV. Wir gehen rein. Hier, tut mir leid für euer Scheiße. Was ist das? Der ganze Kopf ist weg. Steig doch raus, du bist krank. Du hattest alle zur Psychiatrie, seid alle krank. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Bleib stehen. Was machst du da? Ey, eure Jungs, guten Morgen, Bruder. Hallo und danke, dass ihr eingeschaltet habt, auf jeden Fall für dieses neue Video. Und ich bin... Und Jungs, ich bin heute Arzt mit Kittel, Bruder. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich kann das nicht. Ich werde die Leute verarschen, Bruder. Ey, ihr kennt mich doch. Ich will auch gar nicht so viel reden, wir fangen an. Direkt zum Flaxen. Was zum... Hallo? Hallo? Hä? Ja? Oh mein Gott, ein Notfall. Ein Notfall. Ein Notfall. Ein Notfall. Okay. Steigt in das Auto, ein Los. Der? Hä? Nein, oh nein, Leute verbrücken. Der ist doch Arzt. Geh auf. Armin, Tyler. Oh mein Gott, Notfall. Vollgas. Tyler, ich komme. Und Jungs, ich bin öfter auf Grand Air. Zweiter Server. Joint den Link, ich schwöre, ihr werdet es nicht bereuen. Scheiße, Fahrbruder. Notfall, Notfall. Bro, mal ist leise wie eine Maus, mal ist laut wie Presssofthammer. Ich check's nicht. Warum ist das so? Der Patient ist was? Wo soll ich denn? Kritischer Zustand. Jawasch, Arminachruim. Jawasch. Hallo? Hallo? Wurde ich verarscht? Hier ist niemand. Arminachruim. Hallo? Hä? Ich bin Arzt. Aggressiver Patient. Oh mein Gott. Schlagst du mich? Tut mir leid, du hast es versehen. Aus versehen. Weißt du was? Ich kann das jetzt zehn Jahre lang machen. Sag die Wahrheit. Hast du angerufen? Nein, habe ich nicht. Arminachruim und Giorgio, lüg nicht. Ich habe nicht angerufen. Spaghetti dos. Wer hat angerufen? Wer hat angerufen? Ey, 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 ja. Sorry, alles nicht verdient. Bro, er ist einfach der aggressivste Arzt, den ich kenne. Krass. Pfade. Oh, was geht hier so? Die Pfoten hoch. Er hat, er hat, er hat mich angegriffen. Tötet ihn. Er hat mich angegriffen. Oh. Wer medics angreift, ist weg. Was soll das? Er lebt noch. Schieß weiter. Was soll das? Ich glaube, ich kenne dich. Ich will die Äpfel. Geht der hinten noch den anderen? Du lass mich in Ruhe. Ja, sofort. Hinten am Haus. Wo, wo hinter dem Haus? Hier, tut mir leid für euer Scheiß. Wo denn? Wo? Hey, Alter. Wo? Gelebt ihr doch wieder. Wo denn? Hallo, wo? Wo? Wo denn? Noch ein Notruf. Hey, Jungs, ich sag euch ehrlich, ich hab schon Hunger bekommen. Ich hab richtig Hunger, Bruder. Ich muss eigentlich wieder was essen, ja? Hey, dass die jetzt ACTV doch überhaupt Medics spielen lassen können, ist auch frisch. Ich meine, jetzt in echt nicht ins Spiel, Bruder. Was? Oh, Hubschrauber. Wisst ihr, wer mir leid tut? Diese Leute, die noch nie Adana gegessen haben, Bruder. Diese Adana-Teller. Bruder, ihr tut mir so leid. Mann! Wer das noch nie gegessen hat, Bruder, das schmeckt so krass. Oh, Adana ist so geil, Bruder. Warum erwähne ich das überhaupt gerade? Oh, ich auch drauf. Geil. Nein! Bruder, ich sag euch ehrlich, als Arzt zu arbeiten, bock gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man diese RP machen kann. Das macht doch gar keinen Spaß, Bruder. Weg mit dir, reichspieler ich, Alter. Du fährst von A nach B, du belebst Leute wie einen Hund. Aber wisst ihr was? Ich bin jetzt ACTV, Bruder. Let's go. Was zieht ihr? Okay, da braucht jemand einen Arzt reingeschissen. Du Vollidiot. Alles okay? Alles okay? Oh ja. Aussteigen. Ich muss mir das angucken. Aussteigen. Legen Sie sich mal kurz auf den Boden. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ihr Kopf ist weg. Ihr Kopf ist weg. Und ihre Arme. Aufstehen, aufstehen. Oh, Mann. Es gibt nur eine Sache. Bleiben Sie stehen. Nicht bewegen. Nehmen Sie das an. Okay. Weg, sonst machen Sie weiter. Das wird nichts mehr. Das wird heute nichts mehr. Ey, du hast die geilste Animation. Ich sag ehrlich. Mal hier mit dem Rollstuhl. So. Sie, Fahrer, kurz aussteigen. Ich muss mir das ansehen. Aussteigen. Ich muss mir das ansehen. Ja. Ich weiß, Sie haben es eilig, aber Sie müssen aussteigen. Ja, hier. Da kommt ein Zug, Kollege. Wie können Sie denn auf Fahrzeugen stehen lassen? Was für ein... Hier ist... Ja, Sie müssen aussteigen. Nein, der tasert jetzt nicht die Polizei. Aussteigen. Aussteigen. Steig doch aus, du bist krank. Schauen wir uns das Ganze mal an, okay? Steig aus, du bist krank. Sind Sie Prellungen? Ich mache einen kleinen Test. Warum schweben Sie denn jetzt am anderen Räumen? Sind Sie vom Teufel besessen? Entschuldigung. Ich lache nicht. Tut mir leid. Einmal aussteigen als Fahrer. Danke. Sind beide nicht gesund. Haut rein. Sorry. So, kurz mal. Polizeiabg... Jetzt fühle ich mich besser. Oh mein Gott, er ist verletzt. Ja, okay, dass der Chat dumm ist, weiß ich mittlerweile. Das ist, äh, da müssen wir auch nichts sagen. Oh! Da müssen wir auch nicht weiterreden. Da brauchen wir nicht weiterreden. Sie haben einen Arzt wehgetan. Das kostet was, du kleiner. Da brauchen wir nicht weiterreden. Brauchst du eine Flasche? Nein. Oh mein Gott, die brauchen Hilfe. Die Polizei braucht Hilfe. Ich bin nicht umsonst, Doktor. Ja. Ja. Wie fährst denn du, Junge? All die... Du weh, Alter. Guck mal, jetzt denkt jeder, Polizei und Krankenwagen haben gerade einen Einsatz. Was? Vor dann zum sofortigen Anhalten auf. Hast du dich? Hast du dich? Niemals. Ja, mein Einsatz. Niemals bleibe ich stehen. Verp*** dich. Ey, ich hab Polizei abgegangen. Wisst ihr, wen ich vermisse? Meine Blatz, Bruder. Meine Freunde, Blatz. Die hassen mich über alles. Passt auf. Blatz machen, bitte. Blatz machen. Blatz machen, bitte. Blatz machen. Wenn ihr mir einen Einsatz bekommt, dass hier jemand krank ist. Hier ist keiner krank. Doch, ihr seid alle krank. Ihr gehört alle eigentlich versetzt. Ihr gehört alle zur Psychiatrie. Ihr seid alle krank. Warum? Hä? Ihr seid alle krank, Bruder. Ich mach euch krank. So, hier, hier, hier. Nein, 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 nein. Jalla, krank hinaus jetzt, jalla. Bruder, kannst du nicht krank? Seckt meine Eier an mein Herz. Der macht sich einfach Arbeit. Geld als Krankenwagen, in dem man einfach Leute krank macht. Leute krank machen, indem man die überfährt und danach zum Arzt bringt. Glück gehabt. Egal, wir haben ja noch die da vorne. Da vorne. Perfekt. Der steht perfekt. Alles okay? Alles okay? Oh, alles gut bei dir. Sofort mitkommen. Sie sind krank. Wir reden später. Doch, doch. Doch, doch. Das ist wirklich wichtig. Nein, alles gut. Oh, RP Verweigerung. Äh, was? Lieber, lieber, äh, lieber mitkommen. RP Verweigerung. Lieber mitkommen. Okay. RP Verweigerung. Wenn ich sag mitkommen, dann sag ich. Alles gut, Jungs. Wir sind seine Freunde sind da. Ey. Was sieht dir? Was sieht dir? Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Alles okay? Alles okay? Alles okay? Oh. Das hat wir getan. Bleiben Sie stehen. Oh. Geht es Ihnen gerade sehr schlecht. Von 1 bis 10. Ich wäre fast gestorben. Kein Problem. Wer ist Ihnen reingefahren? Erinnern Sie sich? Ich glaube, Sie. Ich? Ja. Ach so. Okay, kommen Sie mit. Ich, ja? Tamam. Wissen Sie, ich helfe Menschen. Verstehen Sie das? Ja. Was bin ich denn von Beruf her? Erraten Sie mal, was ich bin. Mein Deck? Was machen Medics? Die helfen Leuten. Richtig. Medics helfen Leuten. Ah ja. Die helfen Leuten, wo wir können. Wir machen nie was Schlimmes. Verstehst du das? Hast du jemals gesehen, dass ich jemanden einfach überfahren habe oder schlecht behandelt? Oh, er ist ausgestiegen. Oh. Okay, die rastle ich dick aus. Ich glaube, sie haben sich etwas gebrochen jetzt. Deswegen. Wir machen mal kleine Hauptuntersuchungen, ja? Bitte. Einmal mitkommen. Was machen sie da? Was machen sie denn da? Ich kenne sie seit 10 Sekunden. Das ist mir zu viel. Ach, da ist dein Mann, ne? Da ist dein Freund. Oh, sorry. Ich wollte lieber den schlagen. Digga, was ist mit dir? Wie war es mit mir? Was war das da eben gerade bei dem Krankenhaus, hä? Du seist... Digga, was willst du von... Ach, du kleiner... Ich f*** dich. Ich f*** dich. Einzig, den du f***st. Ich f*** dich, du Hund. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Digga, hör auf. Jetzt reicht's. Hey, Digga, du bist komplett behindert. Ey, oha, Frau schlägt mich. Ich schlag keine Frauen. Was ist dein beschissenes Problem, du Hund? So, ne? Ah! Ah! Oh mein Gott! Bleib stehen oder ich schieße. Was? Jetzt AsenTV ist einfach der beste Junge. Was ist das denn gewesen? Bleib stehen. Was machst du da? Ich kenne dich seit 10 Sekunden. Mitkommen. Arme nachräumen. Ich habe gesagt, mitkommen. Mitkommen. Los. Warum? Okay, gut. Dann schieße ich. Alles gut. Ich habe gesagt, warum? Warum? Da vorne hinstellen oder ich schieße. What the fuck? Was ist denn das für eine Waffe? Geil! Wer ist Gangster? Wer ist Gangster? Kommt her! Hä? Seid ihr Gangster, hä? Mit eurem Mercedes? Bist du Gangster? Seid ihr Gangster? Wen willst du... Boah, die Panzer des Schein. Bist du Gangster, hä? Ihr seid Gangster geworden, wa? Hallo. Hallo. Ich kann dich mal in meiner Räume. Gebeeeey! Hä? Hä? Häy, boah! Seid ihr, wer du bist, Junge? Was soll das? Kriter kommt, dass sie reingesch***t sind. Ey, Bro, das Asitv ist zu doll, Leute. Ich sage ehrlich, ich check das Asitv aus, aber das ist zu doll. Das ist zu doll, Bro. Wie kann man ihm denn einen Medic-Job geben, Leute? Sagt mir ehrlich. Wie kann man jetzt Asitv einen Medic-Job geben? Ich check's nicht. Das ist weit. Wirsehen. örgefähr. Woolle. Woolle. Eis. Wirsehen. Undwr posit vai Matt. Wolf... Thanks. pasture-So sore. Tschüss. Ei. Bye. Hallo. Jack...